Hi, ich bin Christoph Anné, Fortbildungs- und Trainingsmanager bei Genelec. In den letzten acht Jahren hat Genelec eine Reihe sehr erfolgreicher Lautsprecher entwickelt, die sich automatisch und präzise an die akustische Umgebung anpassen. Wir freuen uns jetzt, zwei neue, kompakte Zweiweg-Studium-Monitore vorzustellen, den 8320 und den 8330. Außerdem haben wir einen neuen Subwoofer, den 7350, zusammen mit der neuen Version 2.0 der Genelec-Lautsprecher-Software GLM mit einem neuen Messmikrofon und einem Computer-Interface. Was sind ZAM-Monitore? ZAM-Monitore und Subwoofer sind aktive Lautsprecher, die sich intelligent an die Raumakustik anpassen. Sie kompensieren akustische Probleme, optimieren die Hörposition oder schaffen einen breiteren Abhörbereich. Das schaffen sie durch die eingebaute Elektronik und durch hochauflösende digitale Signalbearbeitung. Das System steuert bis zu 30 Monitore und Subwoofer bequem vom Abhörplatz aus. Wenn Sie sich für ein ZAM-System interessieren, lassen Sie uns zunächst einige grundlegende Dinge anschauen. Ein gutes Raumdesign und geeignete akustische Maßnahmen sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen hochwertigen Klang. Akustische Auslöschungen können von keinem System kompensiert werden. Stattdessen müssen Sie Elemente im Raum anders anordnen, also die Position der Monitore oder Ihren Abhörplatz verändern. Werfen wir nun einen Blick darauf, was SAM leisten kann. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihre SAM-Monitore an die jeweilige Umgebung anpassen, in der Sie arbeiten, und haben die gleichen Abhörbedingungen auch in unbekannten Räumen. Angenommen, Sie sitzen nicht an der optimalen Abhörposition in Ihrem kleinen Studio oder Schnittraum. SAM-Systeme können Hörpositionen ausgleichen, die nicht genau auf der akustischen Achse liegen, und liefern immer noch exakte Abhörbedingungen. Sie sitzen am Abhörplatz, möchten aber, dass der Musiker auf dem Sofa hinter Ihnen die Monitore optimal hört? Mit SAM kann man eine Einstellung für den Abhörplatz Sofa erstellen, auf das man im laufenden Betrieb umschalten kann. Wenn Sie eine ganze Band bei sich im Abhörraum haben, ermöglicht die Mehrfachkompensation eine Optimierung für einen ganzen Abhörbereich, statt nur einen einzelnen Abhörpunkt. Schauen wir uns doch mal die neuen Monitore im Detail an. Die robusten Gehäuse sind aus Druckguss Aluminium. Die Gehäusekanten sind abgerundet, damit sich der Schall dort nicht bricht. Das garantiert einen neutralen und unverfärbten Klang. Die besondere Schallführung sorgt für ein lineares Abstrahlverhalten und eine breite Hörzone. Der Bassreflexkanal klingt auch bei hoher Lautstärke, druckvoll und sehr präzise. Mit dem Universal-Schaltnetztal können Sie die Monitore überall auf der Welt einsetzen. Der Frequenzgang ist sehr weitreichend. Der 8320 reicht bis 59 Hertz runter und der 8330 geht bis 50 Hertz runter. Beide Modelle haben einen Netzschalter, zwei Netzwerkbuchsen für das GLM-Netzwerk. Beim 8320 gibt es einen symmetrischen XLR-Anschluss und der 8330 hat zusätzlich digitale AIS-EBU-Ein- und Ausgänge. Der passende Subwoofer 7350 SAM ist mit beiden Monitoren kompatibel. Er hat einen 8 Zoll Hochleistungstreiber in einem patentierten Gehäuse. Dieses Gehäuse ist strömungsoptimiert und ermöglicht eine sehr präzise und artikulierte Basswiedergabe. Auf dem Anschlusspanel finden Sie den Netzschalter, 5.1 symmetrische Ein- und Ausgänge, einen Zweikanal AIS-EBU digitalen Ein- und Ausgang und zwei Netzwerkbuchsen für den Anschluss an das GLM-Netzwerk. Das ist die neue Version 2.0 unserer Lautsprecher-Management-Software GLM. Damit kann man die Lautsprecher einrichten und alle Monitore und Subwoofer im Netz steuern. Die Software hat eine völlig neue Oberfläche, die Installation und Kalibrierung noch einfacher macht. Die Einstellungen sind grafisch gestaltet, damit man bequem per Drag-and-Drop Lautsprecher und Subwoofer zusammenstellen kann. Außerdem haben wir ein neues, hochpräzises Genelec-Mess-Mikrofon und ein völlig neues GLM-Netzwerk-Interface mit USB-Anschluss. Das hat Anschlüsse für kabelgebundene oder kabellose Lautstärkeregler, die separat von Genelec erhältlich sind. Es gibt einen Anschluss für das Mess-Mikrofon und zwei Netzwerkbuchsen für das GLM-Netzwerk. Fassen wir zusammen. Genelec-SAM-Systeme sind einfach zu bedienen und passen sich jeder akustischen Umgebung an. So arbeiten sie immer mit einem gleichbleibend genauen Monitorsystem. Genelec-SAM-Produkte sind eine sichere, langfristige Investition, weil wir uns verpflichten, die zuverlässigsten Lautsprecher herzustellen. Im Namen von Genelec vielen Dank fürs Zuschauen.